und damit hallo und herzlich willkommen meine freunde zu einem neuen jurassic world evolution video und in dem heutigen video möchte ich mal mit euch zusammen mir das neue schadensmodell so ein bisschen genauer angucken und dem ganzen so einen kleinen härtetest unterziehen wir werden nachher echt coole und interessante tests machen und mal das schadensmodell wirklich ausgiebig testen wie sehr die autos halt zerstörbar sind was alles passieren kann ob reifen abfliegen können ob die leute aus den autos fliegen können und 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 das werden wir alles heute herausfinden und testen damit das ganze gameplay technisch sinn macht musste natürlich mal erstmal so ein bisschen was angepasst werden dafür haben alle ranger teams eine lebensanzeige bekommen die seht ihr ganz gut wenn ihr darüber havert das ist der zustand der ist jetzt gerade bei 100 prozent sobald der ranger angegriffen wird von irgendwelchen dinosauriern oder unfall baut wird sozusagen je nachdem wie hart er getroffen wird dementsprechend leben abgezogen wenn er auf null fällt dann ist er sozusagen tot und ausgeschieden dann muss man neues ranger team einstellen wenn er noch über null prozent ist kann er es wieder zurückschaffen in die basis und dort kann er dann langsam über zeit regenerieren den wert kann man auch hier in der ranger station sehen 100 prozent und hier sieht man auch wo der gerade ist oder was der gerade macht und man kann natürlich auch ein paar tools nutzen die die ranger neu hinzubekommen haben um sich gegen mögliche dinosaurier angriffe zumindest so ein bisschen zur wehr zu setzen also das behandeln konnten die ranger ja immer schon machen das ist einfach gegen krankheiten oder wenn dinosaurier niedrige gesundheit haben dann können sie diese einfach behandeln dann haben wir hier das betäuben das konnten vorher nur die acu helikopter das ist einfach ein paar pfeile je größer der dino desto mehr betäubungspfeile braucht man und irgendwann ist er dann halt betäubt und bewusstlos und kann einen dann sozusagen nicht mehr angreifen kann man auch ganz gut als abwehrtool benutzen ich habe auch das gefühl wenn so ein dino auf einen zu rennt und man den mit einem betäubungspfeil trifft dass dieser auch so ein bisschen abgeschreckt ist und ja abbremst und den angriff vielleicht nicht mehr fortführt und ganz wichtig gegen fleischfresser haben wir auch noch so eine tolle signal pistole bekommen die ist sehr sehr cool können wir auch mal eben abfeuern da kommt dann einfach so eine schöne leuchtkugel raus und die lenkt mögliche angreifer dann auch dementsprechend ab kennt man ja ganz gut aus den jurassic park film und das werden wir nachher auf jeden fall mal gegen großen fleischfresser wie den t-rex oder sowas testen würde ich sagen man kann zum beispiel schaden bekommen wenn man hier gegen eine wand fährt ist ja ganz logisch ihr seht jetzt schon unten links jetzt der schaden so ein bisschen runter gegangen allerdings in solche crashes mit gegenständen wirklich nicht so schlimm also es waren jetzt nur fünf prozent leben wenn man gegen den dinosaurier zum beispiel ja gegen fährt und der einen so ein bisschen weg rammt dann ist das definitiv viel viel schlimmer als es passiert dass zwei jeeps gegeneinander fahren dann bekommt man hat ausgewichen müssen wir jetzt erstmal hinkriegen ja in der regel bremsen die also jetzt habe ich gar keinen schaden bekommen also das ist eigentlich fast gar nicht möglich zumindest sehr sehr schwer jetzt haben wir es hinbekommen aber das ist auch sehr sehr wenig schaden wie ihr seht aber je doller die aufschlagsgeschwindigkeit sozusagen desto höher der schaden aber ihr seht ja schon die ki bremst ja logischerweise einfach ab und deswegen sollte da in der regel nichts passieren also die richtige gefahr sind eigentlich nur dinosaurier und bei dinosauriern ist das natürlich was den schaden angeht auch komplett unterschiedlich man kann eigentlich sagen je größer der dino desto höher ist der angerichtete schaden wobei das nicht ganz stimmt zum beispiel so ein sauropode der schiebt ein in der regel so ob ich zumindest vorhin getestet weiß nicht ob wir es jetzt hinbekommen hier nicht in deren komfortzone sieht so ein bisschen so aus der schiebt einen in der regel einfach nur so ein bisschen weg wie erzählt das heißt diese aussage mit dem da kommt schon schieb mich weg die sind einfach zufried lebend die brachios als seht ihr schon also der schiebt mich halt nur so ein bisschen beiseite macht jetzt auch nicht so mega krass viel schaden ja der ist halt sehr fried lebend und deswegen würde ich sauropode noch mal so ein bisschen außen vor nehmen aber ansonsten spricht stimmt glaube ich so ein bisschen diese richtlinie je größer der dino desto mehr schaden kann er anrichten natürlich spielt da auch immer so ein bisschen andere faktoren mit rein zum beispiel die bewaffnung und stegosaurus kann so ein jeep one shotten habt ihr ganz am anfang im ersten clip gesehen von 0 auf 100 mit einem hieb wenn er richtig trifft genau wie ein triceratops der ist ja wie so ein kleiner rambock eigentlich konzipiert und wenn der einen mit voller wucht weg rammt dann kann das natürlich auch ordentlich zu schaden führen aber auch zum beispiel so ein kleiner pachy mit seinem harten kopf ja panzer oder seiner kopfplatte kann ordentlich schaden anrichten spielen aber auch andere faktoren noch eine rolle weil jeder dinosaurier hat zum beispiel eine unterschiedliche komfortzone und reagiert unterschiedlich auf menschen das heißt einige dinos können es ab dass man sogar ein bisschen näher an sie ran fährt und sind da nicht gleich provoziert andere dinos reagieren schon sobald sie einen auf entfernung sehen aggressiv und ja laufen auf einen sozusagen zu man kann natürlich auch das ganze noch ein bisschen provozieren und so was indem man rumhubt und die so ein bisschen nervt aber ja ist wie gesagt bei jedem die nur so ein bisschen unterschiedlich das müsst ihr halt alles nach und nach so ein bisschen rausfinden fangen wir doch erst mal groß an mit einem tyrannosaurus rex ich bin nämlich sehr gespannt wie die signalfistole sich verhält und ob die auch was bringt die würde ich nämlich jetzt gerne mal testen und die am besten schon mal raus wenn er gleich auf uns zustürmen sollte dann werde ich die mal abfeuern und dann gucken uns das ganze mal an oh gott er kommt ja ja er kommt wir feuern das ganze ab und er ist nicht abgelenkt okay das hat ja mal herzlich wenig gebracht jeder hin okay jetzt rennt er zu der hin ah ich verstehe okay jetzt ist abgelenkt aber beim ersten mal hat es nicht so wirklich geklappt also wenn sie jetzt schon mal ordentlich beschädigt und ihr seht jetzt schon mal die motor ist komplett eingedrückt alles verdellt bin schön am qualmen aber werden nachher auf jeden fall noch den härtetest machen also bleibt auf jeden fall dran da werden dann ordentlich hoffentlich die teile fliegen da werden wir mit ganz vielen jeeps gegen ganz viele dinosaurier fahren und dann wird's hoffentlich richtig abgehen ja diese leuchtfackeln halten nicht allzu lange wie ihr seht aber ich fand jetzt auch den effekt nicht so krass also ist jetzt nicht direkt abgedreht oder sowas ich werde ihn jetzt auf jeden fall mal ein bisschen provozieren so dass er uns hoffentlich kaputt macht wobei er jetzt trinkt oder was passiert eigentlich wenn ich hier gegen schieße gegen ihn na ich huck den gar nicht der scheint ihn wirklich nicht zu interessieren prallt einfach an seinem kopf ab ja leute ihr seht jetzt schon so ein rex hat natürlich ordentlich power und kann einen richtig weg gerammt wobei er jetzt wirklich eigentlich nur so einen kleinen ja respekt tipp uns quasi gegeben hat also ich glaube er wollte uns hier nicht ausschalten aber ich glaube er hat sogar geschafft können wir gleich mal nachgucken und zwar gerade in diesem cinematic mode aber ich glaube wir sind disabled jo unbenutzbar also er hat wirklich gerade nur so viel kraft aufgewandt wie er musste aber ich glaube wenn er richtig fahrt aufnimmt und richtig anlauf nimmt dann kann man auch richtig durch die gegend fliegen aber leute das ist mir alles ein bisschen zu langweilig ich würde sagen wir gehen jetzt mal so ein bisschen auf den härtetest über so leute wir fangen klein an nämlich mit 200 rodons gegen 40 jeeps ihr kennt das ganze ja schon aus meinen video projekten ist dadurch ganz praktisch dadurch habe ich halt diese ganzen safe schon aber wir starten jetzt direkt bin jetzt echt gespannt wie viel schaden diese kleinen racke anrichten können oder ob sie überhaupt schaden machen können aber die gehen da so durch wie butter sieht ganz gut aus aber richtig viel schaden machen sie glaube ich nicht haben die aber schon ordentlich weg die jeeps hier nicht schlecht da werden auch schon die ersten in die luft katapultiert aber ich sehe noch kein qualm wenn später sehen wie viele jeeps dann kaputt sind da bin ich echt gespannt drauf sind halt insgesamt 200 stück davon also wird ein bisschen dauern bis die durch sind damit ich mal gespannt wie viel schaden die angerichtet haben also durchkommen ist für die jeeps auf jeden fall nicht hier aber die haben halt nicht richtig power die sind halt sehr sehr klein und haben dadurch einfach glaube ich nicht die masse um mir richtig brutal schaden anzurichten natürlich wenn sie die jeeps jetzt so ineinander schieben könnte hier schon ordentlich was passieren aber ich sehe jetzt noch nicht wirklich sichtbar aber manche jeeps verschwinden leider das kennt ihr schon sehe leider noch nicht sichtbar schaden richtig bei den jeeps doch jetzt hier vorne da delt schon mal das ganze ein bisschen ein und fängt so langsam an zu qualmen fahrzeug zerstört okay jetzt geht es los also langsam aber sicher machen sie hier schaden aber das ist halt noch nicht so krass na wird halt auch gerne ein paar teile fliegen sehen aber ich weiß gar nicht ob das geht ob man hier reifen abtrennen kann von den fahrzeugen wenn man genug schaden anrichtet also das hier ist ja gerade so ein bisschen durchgepule habe ich das gefühl das ist so nach und nach schieben die trudern sich durch die jeeps glitschen alle so ein bisschen ineinander da seht ihr schon da ich habe auch noch mal eine frage wurde irgendwie das orange fahrzeugmodel so ein bisschen überarbeitet von der farbe bin ich so anders aus ja das ist jetzt aber hier nicht das ergebnis was ich gern sehen wollte also ich finde das jetzt nicht so spannend und ich würde jetzt auch fast sagen dass wir direkt zum nächsten test übergehen so jetzt machen wir das ganze quasi noch mal mit dem gegenteil nämlich mit einem großen sauer poden ich glaube das sind 20 brachios 25 30 weiß es gar nicht genau auf jeden fall wieder gegen 40 jeeps und das ganze bei nacht damit wir mal sehen ob auch die scheinwerfer kaputt gehen jetzt sehr gespannt so die jeeps versuchen jetzt loszufahren und die brachios wollen natürlich dadurch rennen also die haben auf jeden fall genug masse und ich glaube die richten die auch ordentlich schaden an so wie es aussieht die lassen hier auf jeden fall oder hinterlassen hier eine schneise des chaos und wir sehen hier schon also die sind schon ordentlich eingedrückt die jeeps kann es kaum erkennen weil die ganzen brachios hier im weg sind die machen hier schon ordentlich was kaputt und da sind auch schon die ersten fahrzeuge zerstört aber ich glaube die brachios die haben halt zwar das gewicht aber nicht die geschwindigkeit und mir richtig krass schaden zu machen natürlich machen sie schaden durch das gewicht aber wenn man andere dinosaurier nimmt wie zum beispiel fleischfresser oder so könnte das ganze glaube ich noch einiges cooler sein aber ich sehe halt wirklich keine reifenteile oder sowas fliegen also ich glaube dieses eingedrückte und qualm ist schon so das maximum was man an schadensmodell hier rausbekommt nicht bisschen schade muss ich sagen ich hätte mir echt gewünscht dass hier auch mal das ein oder andere teil dann rumfliegt gehen dann die scheinwerfer kaputt oh ja guck mal die flackern dann so sieht man das ganz guter schadensmodell sind dann ordentlich kaputt und flackern ich glaube der jeep hier ist allgemein defekt das ist wahrscheinlich so der maximum status vom defekt sein so wie es hier aussieht bei dem jeep könnte ich mir gut vorstellen die brachios die haben aber schon mal bisschen mehr schaden auf jeden fall angerichtet als die trodons aber wir werden natürlich das ganze noch weiter testen so leute jetzt gehen wir aufs ganze wir haben jetzt hier indominus rex plus wirbelsturm gegen die jeeps also viel besser geht es gar nicht jetzt bin ich sehr gespannt wir gehen wieder in den aufnahmemodus wir könnten uns das ganze auch bei zeitlupe angucken aber ich glaube das werden wir später machen ich weiß jetzt gar nicht wie viele tests ich noch machen werde ich erhoffe mir jetzt sehr viel bei den indominus rex ja guck mal an oh mein gott okay die ram da richtig die kennen da gar nichts also da fliegen die jeeps alle sind am qualm ich glaube die werden hier sofort zerstört aber es fliegen keine teile also das haben wir schon mal herausgefunden guckt euch das anders chaos wenn schon die ersten in die wand gedrückt hier und da qualm sie fliegen über die mauer jung ist das ein chaos der tornado ist leider da hinten aber das macht ja nicht also hier seht ihr den zerstörungsgrad werden hier aufgebockt und der indominus rex hat richtig gute power aber schade dass keine teile fliegen ich hätte zum echten wünscht dass wenn so ein jeep kaputt ist dass da die reifen abfliegen oder vielleicht die insassen sogar rausfliegen die sitzen da halt noch ganz entspannt drin beziehungsweise ne sitzen sie gar nicht sobald der kaputt ist ist der leer kann das sein ja da sind die insassen raus so wie es aussieht hier das wusste ich nicht hier sitzt keiner mehr drin hier sitzen noch leute drin also ich gehe mal davon aus dass die noch nicht ganz zerstört sind das jetzt zumindest meine theorie jetzt kommt sogar der tornado noch so als highlight aber schon krass na also die autos können jetzt auch auf dem kopf liegen bleiben so wie es aussieht wenn sie kaputt sind vorher sind ja immer weg teleportiert aber der hier liegt jetzt auf dem kopf und wird es vom tornado erfasst oha wird weg gepustet und noch mal gegen die wand gedrückt aber ist jetzt wieder oft ja auf allen vieren sage ich mal das schauen wir uns mal die schneise von der zerstörung hier an das schon heftig finde es aber cool dass die autos jetzt liegen bleiben können ich will jetzt nur mal gucken meine theorie sind die hier ganz zerstört die sind zerstört unbenutzbar unbenutzbar okay das ist also ein bisschen random so ob da noch insassen drin sind oder nicht habe ich das gefühl also manchmal verschwinden sie manchmal nicht ich weiß jetzt nicht wovon das abhängig ist wenn ich ehrlich bin aber der test hier war ja schon mal sehr interessant also hier seht ihr wirklich gut das schadensmodell an allen automodellen die es gibt sind halt ordentlich am qualmen aber sind auch immer unterschiedlich beschädigt der hier ist zum beispiel nicht so krass beschädigt ist aber auch kaputt wer wiederum schon wieder krasser beschädigt der hier ist richtig fast am brennen also sind gerade ich die funken gesprungen schon cool also ich finde allein schon den nervenkitzel den man jetzt hat wenn man in so ein gehege fährt allein dafür lohnt es sich schon und wie alles qualmt und kaputt hier ist ist schon cool also das mit den indominus hat mir schon sehr gut gefallen die haben die sogar bis hier reingedrückt da wo es futter gibt aber von mir aus kann das schadensmodell noch krasser sein also vielleicht wird das ja nochmal irgendwann krasser dass da die reifen oder sowas fliegen das wäre mega nice aber es ist jetzt nicht so dass man das gefühl hat dass der jeep richtig zerfetzt wurde so als allerletzten test machen wir jetzt hier die jeeps gegen den akro kanto in zeitlupe der akro kanto ist ja sehr sehr massig und hat beim sprint eine sehr niedrige körperhaltung und ist quasi fast schon so wie so ein rambock wie ihr seht jetzt kann man das echt gut sehen wie die hier durchfegen das ist jetzt hier gerade zeitlupe sieht schon wirklich sehr beeindruckend aus als schadensmodell schon krass ich glaube damit werden wir noch sehr sehr viel spaß haben in vielen projekten hier fallen nämlich sehr viele interessante dinge dazu ein wenn ihr das ganze natürlich noch mit anderen dinos sehen wollt mit dem pachy mit dem triceratops da gibt es sicherlich noch einige interessante dinosaurier womit man das testen kann dann könnt ihr es am besten mal selber machen weil jeden die nur jetzt hier durchgehen wie der auf jeeps reagiert und so was für gewisse viel arbeit werden wir wahrscheinlich alles nach und nach so ein bisschen erfahren der akro der fegt jetzt hier ordentlich durch ihr seht dann auch den qualm richtig hart denn hier richtig hoch katapultiert die jeeps weiß gar nicht wie es jetzt ist mit den insassen wann die verschwinden und warum die verschwinden das ist das einzige was mir noch nicht so schlüssig ist aber die jeeps hier gehen auf jeden fall alle ordentlich kaputt und das schöne daran ist dass wir jetzt ein schadensmodell haben dass die jeeps nicht mehr so leicht verschwinden also die bleiben halt auch auf dem kopf liegen und auf der seite normalerweise hätten sie sich jetzt halt schon weg teleportiert oh mein gott die akkus sind schon krass da brüllt er durch die zähne an im hintergrund alles am qualm das ist schon übel das ist schon wirklich übel das neue schadensmodell ist schon cool das gehört auf jeden fall mit zu den besten neuen features meiner meinung nach die in das spiel hinzugekommen sind mit dem neuen update und dlc ich hatte richtig viel spaß auch als ich die story gespielt habe oder die kampagne ja wenn ich dann in stegosaurus gehege gefahren bin und wirklich angst haben musste darum dass ich da nicht sterbe als ranger das war schon ziemlich ziemlich cool und ich finde das hier ist wirklich gerade ein schönes abschlussbild ich würde sagen falls euch das video gefallen hat dann würde ich mich sehr über ein like freuen falls ihr mehr sehen wollt dürft ihr gerne den kanal abonnieren ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs zusehen macht's gut haut rein euer dann die